Da Kopf dran, ne? Ach, das ist nur ein Skelettschädel. Ich dachte, das wäre schon ein richtiger Kopf. Mit Fleisch und so. Uff. Okay. Das Spiel war ab 16, ne? Oder? Doch, ab 16 war das, ne? Oder ab 18? Wie verdient alles dieses Spiel? Das ist immer das Problem, wenn ich das Spiel online kaufe. Ja, ich weiß nie, was für ein... USK das ist. Das sieht aber geil aus. Dafür liebe ich Tomb Raider. Also ganz ehrlich, die Dinger sehen halt einfach so geil aus. Ich mein, Screenshot, bam. Das sieht schon... Besonders das Hub ist weg. Und man sieht hier irgendwas, irgendwie eine Aufploppung. Geh da hin. Oder du hast so viel und so viel Schuss. Nein, es ist weg. Was unnötig wäre. Ich dachte trotzdem erstmal... Oh Leute, ich hatte null Pfeile. Ja, moin Digga. Und das Hub ist wieder verschwunden. Jonah. Ich bin jetzt im Tempel. Ich glaub wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Warte. Falls ihr euch fragt, warum ich immer die ganze Zeit an den Leichen ran renne. Ich gucke. Dass ich die looten kann. Aber ich kanns nicht. Sorry ist halt so... Alter, wie lang... Uff, wie lang brennt das hier wohl schon? Fahrt der Lebenden. Also... So lebendig sahen die da nicht aus. Auf meinem Fahrt. Also... Wäre dann glaub ich eher der Fahrt der Toten. Schein Anfänge von Daten zu sein. X-Chel ist links. Chuck-Chel ist rechts. Was für heute hab ich gemacht? Hab ich's richtig gemacht? Muss ich jetzt hier rüber? Hier einfach an den Ding gedreht und auf einmal passiert hier was. WTF? WTF? Ja komm, mach hier was. Was soll hab ich gemacht? Ich hab hier... Ich hab einfach nur dran gedreht und auf einmal bin ich hier. Soll ich es aus wie der Brunnen reinbrechen würde. Das sieht mir ziemlich nach einer Falle aus. Aha. Aha. Kreise und drei Striche und Unterstrich. Äh... Wie soll ich das denn machen, wenn ich nur zwei... Ich hab ja nur zwei Dinge an die ich drehen kann. Hier müsste ja das sein. Achso, guck mal, das hab ich sogar schon richtig hier. Ach lol, da kommt bestimmt unten noch so... Guck mal, ich seh ja schon so ein drittes Ding. Seht ihr das? Da ist noch so ein drittes Ding. Das geht nachher noch hoch. Hurra. Ah, Bruder. Zwar der IQ. Aber wie bin ich darauf gekommen? Ich hab hier einfach dran gedreht und auf einmal war es richtig. Ich meine... Wahrscheinlich ist es genau das, wie man es spielen sollte. Einfach drehen und hoffen, dass etwas passiert. Ich meine, sie macht ja halt auch nichts an. Ich meine, sie drückt die Dinger einfach rein, wie auch immer sie das macht. Die muss... Keine Ahnung, wie stark sein. Ich hab keine Ahnung, was das Spiel mir sagen will. Ich seh absolut nicht durch. Ah, auf einmal sind es drei. Laut der anderen in Schrift waren das hier aber immer noch. Warte mal. Da ist es. Da ist es. So, und hier war es drei Striche. Drei Strichis. Äh, okay. Snake. Ich hab's mir nur dieses. Das war ich gerade. Noch eine Tür? Das kann nicht alles sein. Da kommt bestimmt noch eine Tür. Hahaha. Oh, Bruder! Bruder! So knapp. Jetzt kommt das vierte. Das vierte ist... Oh, der Strich. Ich musste ja drauf reinfahren, ansonsten wär die vierte Reihe hier unten nicht erschienen. Also, ich weiß nicht, aber das muss genau so passieren. So, und hier kommt jetzt... ...noch mal diese komische Obstschale. Die Frage ist... Hier, seht ihr das? Da ist nichts. Da ist was. Ich denke mal... Ich kann ja nichts auswählen. Das geht ja nicht. Ich muss ja was haben. Deswegen denke ich mal so, dass es so richtig ist. Gucken, vielleicht gehen wir jetzt wieder drauf, ne? Gucken wir mal. Was geht? Alter, du willst... Oh, du willst dich doch zum Arsch oder was? Warte, fuck, Ansehen. Das ist ja... Oh. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine Null. Okay, also... Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine Null. Wie sieht die Null aus, wenn ich fragen darf? Ist das eine Null? Oder das? Ist das eine Null? Ist das die Maya Null? Keine Ahnung. Google Translator, wie sieht's aus? Probiert's doch mal aus. Scheiße, ob die rechte Säule gerade angepasst. Nasenbluten. Oh, das sieht einfach auch nochmal dahin. Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall nicht richtig sein, das kann ich jetzt schon versprechen. Und? Hä? 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 Bruder? Tschüß! 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 Tja, aber irgendwo zu schnell, was? Fast as fuck. So, hopp! Probieren wir... Einmal... Äh... Nochmal auf der Seite das Ding. Oder... Ne, warte mal. Das Ding hier, genau. Ist ja auch wie so ein Gesicht, Alter. Das ist mein... Das ist mein Ausdruck gerade, den ich im Gesicht hab. So, äh... Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit zwei Punkten darüber. Sieben, oder? Danke. Ich hab's vorausgesehen! Oh mein Gott, Digga! Uff! Ich bin Wahnsinniger, ich glaub ich sollte meinen Beruf wechseln. Holy shit! Ich wusste das auf der rechten Seite schon. Ich... das war... Ich hatte ein Bild vor Augen. Mein Gott! Das war's. Das war der Archäologe werden. Nein, ich will da unten noch rein. Warum gehst du so langsam? Beeint dich mal ein bisschen. Ich muss noch irgendwann ankommen. Aha. 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 Sad Nudes. Okay, interessant. Eine alte Nachricht, aber war ja... Sad Nudes. Sad Nudes, please. Okay, ich dachte da wär was. Oh, da ist ja noch was. Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguar-Maul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts. Aber ich weiß wo das Jaguar-Maul ist. Wirklich? Ja. Katzen-Skulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich geh zurück. Gut. Das hier wird dir gefallen. Geil. War jetzt nicht der Entdeckt-Pickel gemacht gerade. Hä, das wird dir hier nachher gefallen, ne? Ich hab hier ein Foto oder... Uff. Hm, interessant. Aha. Krallen des Adlers. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Das stand da? Okay. Interessant. Ja, ich denk mal aufschreiben ist auch ne Methode, ne? So ein bisschen weiterzugeben, ich meine... Mord und Totschlag kann man eigentlich immer gebrauchen, ne? Ich meine, man könnte jetzt auch sowas aufschreiben von wegen... Hier, diese Kräuter sind giftig, bloß nicht essen. Will ich... Will ich da reinspringen? Ich weiß ja nicht. Was ist meine Motivation? Hm. Naja, jetzt komm ich nie voran, ne? Jiii. Oh, Bogenlandung. Was soll ich sagen? Oooooookay. Das gefällt mir nicht. Oooooookay. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht an. Naja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich muss durchziehen. Haben Piranien jetzt nicht mehr Angst vor Menschen als wir vor Piranhas? Ich meine... Nein, 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 nein. Ach gut, dann komm mal. Ganz ruhig, Laura, alles cool. Ich meine, waren das nicht so ne... Piranien, das nicht diese ganz kleinen Mistviecher, die vor allem Angst hatten? Ich meine, die hatten nämlich vor uns mehr Angst als wir vor ihnen. Oh! Ah! Ihr kleinen Mistviecher! Ich hasse dieses Level jetzt schon. Ich hasse Unterwasser-Level. Wisst ihr warum? Weil A, ihr habt Zeitdruck, weil ihr alles absauchen werdet. Und B, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Und C, ihr habt immer all diese Scheiße... Müsst du hier dich umbringen, weil... Ach du Scheiße, das sind so viele rote Dinge. Geht eigentlich nicht lang. Scheiße auf dieses eine Ding, was da ist. Okay, hier sind keine Piranien. Das heißt, ich kann hier durchziehen? Tschüss Bruder, tschüss! Geht jetzt hier rum? Ich habe keine Ahnung, wohin ich auf dem Weg bin. Aber ich hoffe, dass ich da irgendwas zum Atmen habe. Ah, da ist was zum Atmen. Ah, Bruder. Oh, es wird dunkel. Schwarz vor Augen, Nasen, Bluten, Dinger. Sel... Doch! Was haben wir denn hier Schönes? Auf einmal hab ich's kaputt. Warum auch immer. Keine Ahnung, was es bringt, aber wir haben's kaputt gemacht. Luft schnappen. Und wieder abtauchen. So... Wir können jetzt hier durch. Was auch immer mir das bringt. Äh, hab ich grad durch den Stein geschwommen? Okay, hier sind aber Gegnerische Piranhas noch. Ich will einmal ganz kurz hier das Ding aufsammeln. Ja, ich weiß, ihr habt's gemerkt im Spiel. Ich hab's gemerkt. Ich muss los, ich muss los. Das ist wichtig. Was ist meine Mission? Da hinten muss ich hin irgendwo. Irgendwo dahinten hin. Ihr seht mich nicht, ihr Mistviecher. Ihr seht mich nicht, okay? Oh, sie kommt wieder. Jetzt durchziehen. Zieh durch, Lara. Zieh durch. Gott, was ist hier an den Seiten, Alter? Das sieht ja richtig krank aus. Ach, das sind Pflanzen, Junge. Die sehen aber nicht aus wie Pflanzen. Ah, ich brauch Luftquelle. Luft, Bruder. CO2. Ist gut, alle CO2. Wo ist es? Denn... CO2, die einzig wahre Liebe. Huh. Irgendwie auch, ne? Ist hier noch irgendwas anderes? Mehr ist hier nicht, Alter? Ich dachte, hier wäre noch irgendwas Interessantes. Naja, wir ziehen jetzt noch mal ganz kurz die Luftquelle durch. Und dann gucken wir mal, wie viel weiterkommen, ne? Ich hab nämlich keine Ahnung, wo ich hin muss. Muss mal ganz kurz hier einfach auf die Karte looken. Gut, auf die Karte ist auch zu viel gesagt, ne? So. Ich muss nach oben. Irgendwie hier lang anscheinend. Scheiß drauf, dass hier irgendwann noch was anderes ist. Ich will einfach nur raus aus diesem Level. Mehr will ich nicht. Einfach nur weg hier. Einfach nur weg. Ich hasse unter Wasser Level. Ich hab sie noch nie geliebt und ich werde sie auch nie lieben. Einfach raus. Einfach durchziehen. Ey! Oh! Oh! Oh, ich will nicht drauf gehen. Nicht so ner Scheiße. Vater Toten. Ja, das macht mehr Sinn. Nicht Vaterliebenden, Alter. Ich meine, hey! Die waren doch schon alle tot. Uh! Jo! Hey! Oh Gott! Lass das doch! Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Sooo. Oh, ich wusste es hier noch was ist. Ich wusste es einfach. Mitnehmen. Ähm. Oh, der arme Typ. Ach du! Warum schreit er nicht? Oh Gott! Sie sind hier! Du kriegst mich nicht. Doch. Du denkst, die sind schlimm? Glaub mir, Digga. Ich bin schlimmer. Hm. 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 Habe ich den eigentlich gelootet, den ich da hochgezogen hab? Das war ja eigentlich auch ein Laudoser Kill, ne? Wollte ich auch gelootet haben. Scheiße. Ich hab mein Funkgerät verloren. Tja, ist er wohl weg. Oh, der hat ne goldene Skar, Digga. Wow. Gollum. Sag Gollum. Mein Schatz. Dieses Mistvieh ist hier noch irgendwo. Oh. Ehrenhaft. Warte, hier war noch was. Irgendwas war hier gerade. Ich hätte hier grad X drücken können. Kann mich aber auch rollen. Tu ich ja öfter. Ja? Zurück. Ich warne euch. Bleibt bloß weg von mir, verdammt. Ganz ruhig. Alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur... Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwa 50, ja? Ziemangriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Oh. Alles okay jetzt? Hier. Oh. Wir gehören nicht hierher. Alles okay. Alles gut. Oh. Messer. Messer rein in den Nacken. Und er ritts zurück in den Busch mit dir. Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Ist er next. Weil wie lange dauert es bis, keine Ahnung, die Verstärkung in diesen Dschungel kommt? Ich meine, dauert schon ein bisschen, glaube ich. Also... Ich glaube nicht, dass es jetzt einfach mal so, keine Ahnung, fünf Minuten dauert oder so. Ich glaube, das ist ein paar Stunden. Hey, was geht? Wasst du tun denn hier? Mein Deutsch seid richtig krank heute. Sie sind unterwegs. Es ist fast vorbei. Oh. 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 Oh, Bruder. Ich hab nen Pfeil genommen. Damit ihr nicht seht, woher das kommt, Digga. Hast du absolut nichts genutzt? Noll. Digga, was ist mit dem los? Nen Pfeil. Lass mich das mal kurz erklären. Wenn jemand mit nem Pfeil nach euch schießt, ne? Und euch den Helm vom Kopf schießt. Dann seid ihr so verwirrt, dass ihr nicht wisst, wo der Pfeil herkommt. Ich meine, du hörst den Pfeil nicht. Du hörst nur das Bing, wie er es dir an einem Händen ballert. Mehr hörst du davon nicht. Ich warne euch! Bleib bloß weg von mir, verdammt! Boah, wo ist der? Er wusste halt sofort, wo ich bin. Der hat immer direkt ein Turn-On gedrückt. Alles gut. Kannst du sagen, was passiert noch? Da waren nur... Klauen. Zehn. Der Angriff. Die Schreie. Es ist vorbei. Du bist sicher. Sie sind überall. Spoiler! Oh, also auf. Wir müssen einfach nur weg. Wir müssen nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. So. Was sind das für Dinger? Was soll ich das wissen? Die sind immer noch, wo ich bin? Digga! Digga, ich bin tot. Weißt du, das brauchst du nicht machen. Das ist ein bisschen oberkill. Woher wissen die, wo ich bin immer? Der Schwicht ist gerade so angefühlt. Richtig einfach. Das Spiel ist einfach. Die Rätsel? Einfach. Jump and Run? Einfach. Einfach, wenn's gut gemacht ist und offensichtlich relativ offensichtlich gemacht. Das einzige, was schwer ist, sind wirklich die Kämpfe. Die haben's, die haben's, die haben's richtig schön in sich. Die Big Macs. Die McNuggets. Da haben wir alles auf den Dinger. Alles okay jetzt? Alles okay jetzt? Ah, Messer. Schön rein, oder? Die Schulter, Digga. Gib ihn. Wir müssen... Messer rein. Und Ripp. So, jetzt aber ein bisschen besser machen. Ich muss den einen Typen da oben wegkriegen. Diesen einen Typen da oben. Wie bekomme ich ihn da runter? Die Leute waren zu lang im Dschungel. Jetzt drehen sie durch. Willst du mich verarschen? Ja, zückt mich an, Bruder. Exel. Ich hoffe, wie viel grad erabt ihr? Meine Fresse. Soll, was? Von wo? Wie bist du denn gekommen? Wir sind hier. Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Sicher den Bereich Männer. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Linke Seite! Germany! Es gehört Gollum, man. mein Schatz. Können wir sagen, was ihr wollt, ist das Gollum? Digga, ey. Was sind das für Kreaturen? Das sind Gollums, das sind alles kleine Gollums Was kann ich denn hier hinten machen, lol Nicht die alle outright, aber einfach Es muss einen Weg hier rausgeben Vielleicht in der Richtung, wo sie herkamen Nice, Digga So, erstmal wieder sauber machen Erstmal, äh, wieder sauber machen So, äh, wir haben es jetzt gerade ingame 19 Uhr, ich muss kurz nochmal telefonieren Ich hab nämlich versprochen, dass ich jemanden anrufe Das heißt, wir machen jetzt hier ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz einen Cut Wir sehen uns, äh, gleich wieder Oder, ne, wir sehen uns in der nächsten Folge, so Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dahin, auf Wiedersehen, Tschüss